So, hallo Freunde, ich möchte heute mit euch über das Thema Drogen sprechen und zwar über das Thema Drogen im Mittelalter oder beziehungsweise in der früheren Zeit und auch Drogen im Kontext der spirituellen Weiterentwicklung. Ich habe mich heute gewandelt, ihr seht, ich bin heute total in Weiß und zwar sehe ich mich selber als Priester des Lichts, als Priester des Sonnengott, Sonnengott Ra und deswegen habe ich mich heute ein bisschen gewandelt, um das auch ein bisschen zu verdeutlichen. Hier habe ich noch ein Symbol der Sonne, ich möchte es vielleicht noch hier irgendwie anbringen, also entweder hier an der Google oder einfach unterhalb, dass einfach klar ist, wofür ich stehe, ich stehe für die Sonne und ich stehe für das Licht. Drogen, ja, Drogen ist ein ganz krasses Thema, ein ganz kompliziertes Thema, da haben verschiedene Menschen verschiedene Meinungen. Ich habe mich ziemlich lange mit dem Thema Drogen beschäftigt, auch wenn ich selber jetzt nur momentan nur die legalen Drogen konsumiere, bin ich ein Befürworter der Liberalisierung, weil ich einfach sage, der Mensch muss seinen eigenen Weg gehen. Jeder Mensch muss seinen eigenen Weg gehen und daraus eben dann die Konsequenzen ziehen. Das ist ganz einfach. Deswegen müssen Drogen, also zumindest die weichen Drogen legalisiert werden. Es ist leider so, dass der Mensch unvernünftig ist, das ist ja auch, also es ist glaube ich so, dass die Drogen eben das Problem haben, dass man immer gern mehr und mehr konsumiert. Wir müssen einfach versuchen, ja, wir müssen einfach schauen, dass wir unser Bewusstsein auf ein höheres Niveau bringen, dass wir erkennen, dass eben übertriebener Trunkenkonsum eben nur schadet und nix nützt. Das haben ja die Menschen früher eigentlich gemeistert und das meistern auch die Menschen in Südamerika, die ganzen indogenen Völker in Südamerika zum Beispiel, ja, die Menschen im Amazonas, die ganzen Ureinwohner, aber auch Schamanen, zum Beispiel Schamanen in Sibirien oder Schamanen bei den Lappländern, also die, wo Drogen eben vernünftig einsetzen, um ihr Bewusstsein zu erweitern. Ja, darüber wollte ich mal sprechen, ich wollte mal ein bisschen informieren. Drogen im Mittelalter, wie wurden Drogen im Mittelalter konsumiert? Ja, also ich habe ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass im Mittelalter viele Nachtschattengewächse eingesetzt worden, wie zum Beispiel Allraun, Binsenkraut, Nachtschatten, Stechapfel, Tollkirsche, Tollkraut, wurden getrocknet und dann in Pfeifenform konsumiert. Also es ist ein Irrglaube zu meinen, dass Pfeifen, dass es Pfeifen erst mit Einführung des Tabaks gegeben hat. Nein, Pfeifen gab es schon viel früher. Also Pfeifen, Pfeifenrauchen war schon früher bekannt, vor der Deckung Amerika, vor der Einführung des Tabaks, als Elfenpfeifen wurden Pfeifen benutzt, um auch Hanf und wie gesagt, um die ganzen Nachtschattengewächse getrocknet zu konsumieren. Ja, also das ist ganz wichtig zu wissen. Also ich verweise Sie auf das Video auf YouTube zur Geschichte des Rauchens, vom YouTuber die Zuversicht, ganz interessantes Video zur Geschichte des Rauchens. Wird aufgeklärt, dass die Menschen schon geraucht haben, vor der Einführung des Tabaks, also schon Mittelalter, also auch im Frühmittelalter und auch davor, wurden gewisse Kräuter geraucht, also Nachtschattengewächse, Pinzengraut etc. Aber auch Hanf und Cannabis wurden geraucht, aber eben in Pfeifenform. So, okay, dann gibt es noch ein ganz gutes Video, das heißt Jesus, Weihnachtsmann, Nitra und Magic Washrooms. Da geht es um die Einnahme von Magic Washrooms, also dem Fliegenpilz. Im Mittelalter war es so, dass, beziehungsweise im Frühmittelalter, dass gerade so im heidnischen Bereich sehr viele Fliegenpilze konsumiert wurden. Fliegenpilze wurden getrocknet und dann von Schamanen, Druiden, Priestern der alten Götter, der heidnischen Götter konsumiert, um eben das Bewusstsein zu erweitern, um eben mit den Göttern in Einklang zu kommen und auch mit den Göttern zu kommunizieren. Wer hat das natürlich verfolgt oder wer hat das mit Argon betrachtet? Ja, natürlich die katholische Kirche. Okay, ja, ist ja klar, also da braucht man auch gar nicht mehr mehr dazu sagen. Die katholische Kirche hat schon immer alles bekämpft, was irgendwie anders war oder abgewogen ist von der einzig wahren Leermeinung, die sie meinten, dass es die Einzige oder das Einzige Wahre ist. Ja, braucht man eigentlich nicht mehr viel dazu sagen. Okay, also, Drogen, um das Bewusstsein zu erweitern, finde ich okay. Ich finde, man sollte Drogen legalisieren, in einem gewissen Rahmen, also auch im spirituellen Bereich, sollte man auf jeden Fall Drogen legalisieren, um das Bewusstsein zu erweitern. Das sollte auf jeden Fall egal sein. Die Indios in Südamerika betreiben das so, sie nehmen eine Ayahuasca, um ihr Bewusstsein zu erweitern, um einfach Probleme zu lösen, wird Ayahuasca genommen, im spirituellen, also im retuellen Kontext. Und dadurch machen die Indios eine Astralreise, das heißt, sie verlassen ihren Körper, treten aus dem Körper und sehen alle Probleme, die sie so haben, aus dem Sichtwinkel. Ja, also, im Prinzip ganz gut, finde ich echt okay. Also, Drogen im Prinzip sind gut. Ja, es ist nur der Missbrauch, das Problem. Das kann man alles in den Griff kriegen, finde ich. Also, wir müssen einfach nur uns auf ein höheres Niveau des unseres Bewusstseins bringen, oder auf ein höheres Niveau unseres Denkens, dann ist das alles gar kein Problem. Also, das war jetzt heute das Thema, Drogen im Mittelalter, Drogen zu rituellen Zwecken, ich bin dafür und ich würde auch gewisse Drogen nehmen, wenn sie erlaubt wären. Leider sind sie halt nicht erlaubt, das ist das Problem. Also, bei Facebook wollten wir auch schon Leute Sachen verkaufen. Und dann habe ich gesagt, nee, 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 ich bin nicht blöd. Also, also, bei Facebook hier mir Drogen zu verkaufen zu wollen, ist schon ein bisschen arg, toll gewesen. Ich finde ich ein bisschen krass, also, nee, 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 nee. Ich warte, ich bin geduldig und warte. Ich muss mich halt momentan mit den legalen Drogen begnügen, ja. Ich trinke jetzt halt auch wieder einen Wein, einen Rotwein. Also, Prost. Ich warte ab. Und wenn Drogen legal sind, dann werde auch ich Drogen konsumieren, aber eben zu rituellen Anlässen. Also, ich habe mir auch schon, bei eBay, habe ich mir schon eine Pfeife vorgemerkt, also so eine richtige Gigantalkpfeife, die werde ich dann rauchen, also es ist richtig mittelalterlich, weil ich bin Romantiker. Wenn ich Drogen konsumiere, dann so wie früher, zu rituellen Anlässen, zu spirituellen Bewusstseinserweiterungen, da möchte ich Drogen konsumieren, so wie früher. Ich bin Romantiker. Und dann ist es okay, ja. und Drogen, wie gesagt, ich bin generell dafür, aber ich kann es momentan halt nicht konsumieren, weil ich will mir den Ärger sparen, also mit den Bullen und so weiter. Das ist ja wohl logisch, ja. Aber wenn es legal ist, dann lade ich dazu ein, dann machen wir Ritualizations nach altem System, so wie früher, die alten Truinen, die alten Priester. So werden wir dann auch Drogen einnehmen, mit der Pfeife, nicht mit Joints, nein, scheiß auf die Drecks Joints, scheiß auf diese modernen Mittel, nein, so wie früher, Pfeife, Pfeife, oder Wasserpfeife, so sollte man Drogen konsumieren, so wie früher, weil früher haben die Leute noch viel mehr Plan gehabt, früher waren die Leute viel spiritueller, noch viel weiter, und so sollte man auch Drogen konsumieren, nein, ich bin da absolut Romantiker, wer zu mir kommt, der muss sich danach richten, ja, so wie früher wird Drogen konsumiert, ja, so wie in der alten Zeit, so sollte es sein, die alte Zeit war geil einfach, wo damals die Druiden, die ganzen Priester, die ganzen heidnischen Leute, Drogen konsumiert haben, das war einfach eine coole Zeit, und das sollte man einfach wiederbeleben, da bin ich einfach voll dafür, da stehe ich voll dahinter, und das sollte man auch machen, ja, langlebende Drogen, zum spirituellen, im spirituellen Kontext, wie gesagt, ihr könnt kommentieren, also wenn ihr anderer Meinung seid, und so, gar kein Problem, auf jeden Fall, ähm, bin ich der Meinung, also, schönen Gruß, Jürgen Braun, euer Hohe Präschen des Lichts, macht es gut.